Mein Name ist Matthew Rose. Ich bin von der Website Brave New Europe und zusammen mit Helle Panker und Netzwerk Plurale Ökonomik organisieren wir diese Veranstaltung heute. Es ist die erste in einer Reihe von Vorträgen und in dem Motto Ökonomik jenseits der schwäbischen Hausfrau. Um diese Reihe von Vorträgen einzuführen, muss ich ein bisschen zurückgreifen. Nämlich, wir sind, wie ich sagte, eine Website. Wir sind eine politische Website. Unsere Aufgabe ist eigentlich eine transeuropäische Plattform gegen eine neoliberale EU. Wir haben dafür um die 130 Autoren. Das sind Akademiker, NGOs und Aktivisten, alle Experten in ihrem Bereich. Und warum ich das erzähle, ist, wir haben die dann alle angeschrieben, ob sie Interesse daran hätten, teilzunehmen. Und zwei, nämlich Antetiveau, der am 15. September vortragen wird und Marc Blythe, schrieben zurück, schöne Idee, aber lasst den Rest von Europa weg. Deutschland, das müsst ihr machen. Da ist das Problem Europas. Gut, was meinten er? Was meinten die beide damit? Und ich weiß, in der DDR wurde Dresden bekannt als der Tal der Ahnungslosen. Nämlich, weil sie keinen Rundfunkempfang hatten und waren völlig abhängig von Nachrichten und Informationen von Staatsmedien. In der Zwischenzeit, viele in der Welt betrachten Deutschland als einen ökonomischen Tal der Ahnungslosen. Und das ist, was sie damit meinten. Und das, obwohl wir den transeuropäischen Ansatz haben, haben wir gesagt, in Deutschland wollen wir auch was machen. Und es kam zu diesen Vorträgen. Und sie sind eigentlich daraus entstanden von einem Ökonom, der hoffentlich auch kommt, das ist ein Sudkoreaner, der in Cambridge unterrichtet, der sagte eigentlich, und er sprach eigentlich in Großbritannien, nicht in Deutschland, man braucht eine Ökonomik-Alphabetisierungskampagne. Die Leute können einfach nicht Teil einer Demokratie sein, wenn sie nichts von Ökonomik verstehen. Das wird auch nicht einfacher gemacht, weil die Ökonomen, wie die Priester vor tausend Jahren, sprechen eine Sprache, die keiner versteht. Es ist nicht mehr Latein, es ist einfach eine ökonomische Sprache. Und deswegen hatten wir die Idee mit dieser Reihe. Und wir möchten bloß nicht, dass sie glauben, ach, jetzt sind die Besserwisser hier, und die werden uns sagen, was wir zu denken haben. Im Gegenteil. Wir werden eine sehr heterodoxe Gruppe von Ökonomen holen. Und die sind alle auch nicht einer Meinung. Es geht uns darum, einfach ihnen einen Zugang zu anderen Informationen, weil vorher vielleicht der Tal war ein physisches Problem, jetzt ist es ein Informationsproblem. Was von der Politik und von den Corporate Medien kommt, das ist ein Einheitsbrei. Und es ist ein sehr gefährliches Brei. Und wir sehen es langsam in Europa, nicht mehr langsam, dass die EU droht, auseinanderzubrechen. Und deswegen wollten wir einfach Ihnen durch diese Vorträge die Gelegenheit haben, diese verschiedenen Ansätze kennenzulernen, ein bisschen diese Sprache kennenzulernen auch, weil damit können Sie rausgehen und auch die Politikern wie die Ökonomen eigentlich mindestens etwas dagegenhalten. Und Sie werden entdecken, dass die Neoklassiker, die neoliberalen Ökonomen, wenn man denen mit guten Argumenten kommt, das bricht alles ziemlich schnell zusammen. Und deswegen haben wir diese Reihe. Jetzt ganz kurz zu Heiner. In diesem Alter des Internets werde ich nicht viel über Ihnen erzählen, nur eine Anekdote. Als ich mit Helle Panke zusammensaß, die fragten, ob wir nicht die erste Veranstaltung mit einem Deutschen machen konnten. Ich sagte, ja, kein Problem. Heiner Flassbeck. Und sie meinten, und wenn er nicht kommen kann, wer könnten wir nehmen? Ich sagte, mir fällt niemand ein, der eigentlich entspricht die Werte von unserer Website. Expertise, with a radical face, radical in diesem Fall, heißt, glaube ich, entschieden und analytisch, also es ist mehr, was es bedeutet. Und ich sagte, ich kenne keinen anderen deutschen Ökonom, der eigentlich zu, wie wir das meinen, das erfüllen. Und da haben wir gesagt, naja, gut, vorgehen. Er sagt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn ich Heiner Flassbeck kenne, es wird kein Nein geben. So ist er. Und tatsächlich habe ich ein E-Mail geschickt und kam eins gleich zurück. Zwei Wörter, Ja, Punkt, Warn, Fragezeichen. Und entspricht eigentlich für mich Heiner Flassbeck. Also, gut, jetzt schnell jetzt durch die Danksagungen. Erst möchte ich, also, Oxy bedanken, Sie sind unser Gastgeber heute. Das ist, sagen wir so, ein sehr großes Stück Solidarität, weil es ist schwer, einen großen Raum in Berlin zu bekommen und eins umsonst noch schwieriger. Dann würde ich gerne betonen, ohne helle Panke gäbe es diese Reihe nicht, die bezahlen alles. Wir als Website, wir kämpfen um unser Überleben finanziell. Das ist wirklich Sie. Und auch, Sie müssen auch verstehen, es ist ein großer Schritt für eine deutsche Stiftung mit einer Gruppe von hauptsächlich Anglosachsen, ein gemeinsames Projekt zu tun. Es sind kulturelle Unterschiede da. Dann auch mit der Netzwerksplorale Ökonomik, die sind dazugekommen. Das ist sehr erfreulich, weil wir merken, wir hätten Schwierigkeiten, eine jüngere Generation zu erreichen. Das machen die. Und es entsteht auch, was sehr schön ist, dass jeder, der hier spricht, macht aber mit denen auch ein kleines Seminar zusammen. Und es gibt dann den Studenten hier in Berlin eine Gelegenheit, wirklich mit renommierten Ökonomen zu einem kleinen Kreis zu diskutieren. Nun zuletzt wollte ich sagen, gestern ist Heiner mit Paul Steinhardt ein neues Buch rausgekommen, Gescheiterte Globalisierung, Ungleichheit, Geld und die Renaissance des Staates. Das kann man auch dort erwerben. Es ist eine Abrechnung mit der Globalisierung, was angesagt ist. Und damit bin ich eigentlich fertig. Okay? Ich sehe mich so hoch. Ja, vielen Dank, Mathieu, für die Einführung. In der Tat werde ich über Ökonomik reden, über Volkswirtschaftslehre, aber ohne komische Sprache hoffentlich, sondern mit vernünftiger Sprache, mit verständlicher Sprache. Das ist nämlich auch möglich, was die meisten vergessen. Und will noch einmal die Situation, die heutige Situation in der Euro-Krise darstellen und natürlich mit Ihnen dann auch diskutieren hinterher, was jetzt politisch daraus folgt. Es gab ja gerade auch auf der linken Seite, sage ich mal, in der linken, gerade heftige Diskussionen darum, wie man mit Europa umgeht. Und das können wir nachher alles diskutieren. Zunächst aber muss man einfach eine kurze Bestandsaufnahme machen. Einige von Ihnen, die das schon mal gehört haben oder YouTube gesehen haben, die kennen das schon, aber es geht daran kein Weg vorbei, weil ich kann ja nicht unterstellen, dass Sie das alle kennen. Insofern muss ich eine kurze Bestandsaufnahme machen dessen, was da passiert ist und will mich dann aber konzentrieren auf die aktuellen Probleme. Und das aktuelle Problem ist natürlich in Europa, ist natürlich Italien. Das droht sozusagen zum zweiten Griechenland zu werden, aber nur in den Augen mancher. Und natürlich werden wir auch über internationalen Handel sprechen, auch das ist ja ein relevantes Thema. Herr Trump und seine komischen Vorstellungen vom Freihandel oder Nicht-Freihandel. Das alles hoffe ich in einer Stunde, wenn Sie so viel Geduld haben, aber ich schaue ja in Ihre Gesichter, ich sehe ja, wie viel Geduld Sie noch haben, abzuhandeln. Und dann, ja, ich habe heute Abend nichts mehr vor, haben wir Zeit zu diskutieren. Wenn wir diese Wärme in diesem Raum aushalten, das wollen wir dann mal sehen. Ja, ich habe das Ganze genannt, die Euro-Krise bricht wieder auf. Das ist eigentlich falsch, weil sie war nie geschlossen sozusagen, sie war nie beendet. Was wir jetzt haben, ist nur, dass die Euro-Krise zurückkommt. Sie kommt zurück, weil sie ein paar Monate oder zwei Jahre vielleicht etwas unter der Decke geschwählt hat, aber sie war eigentlich nie weg und sie war nie beendet und sie war nie gelöst. Und das ist vielleicht in vieler Hinsicht ein Zeichen unserer heutigen Zeit, wir lösen keine Krisen, sondern wir verschieben immer so die Lösung. Und das liegt daran, ganz fundamental daran in der Euro-Krise zumindest, dass wir auch gar nicht in der Lage sind, ernsthaft Krisen zu diskutieren. Und das werden wir nachher sehen. Es gibt keine ernsthafte Diskussion, zumindest in Deutschland, der Euro-Krise. Und wenn dann irgendwo eine Diskussion aufbricht, wie in Italien oder vor den Wahlen in Italien, ist die Diskussion ja schon ganz gewaltig gewesen, dann wacht Deutschland ganz plötzlich auf und ist erschrocken und sagt, ach, was haben die für komische Ideen. Vielleicht sind das Feinde Deutschlands, sind wahrscheinlich Feinde Deutschlands. Obwohl die Leute nur eine relativ nüchterne Analyse der Situation haben. Und wir machen aber dann schnell eine Feindschaft daraus, weil da müssen wir ja nicht mehr diskutieren. Über Feindschaft kann man ja nicht diskutieren, über Feindschaft muss man umgehen. Aber über Feindschaft kann man nicht diskutieren. Und das ist eigentlich das Erstaunliche der letzten, die erstaunlichste Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre. Wenn ich das mal als älterer Mensch so sagen darf. Dass Deutschland vollständig, es war nie, gab es wirklich rationale Diskussionen, aber Deutschland hat in den letzten 20 Jahren vollständig verlernt oder es verloren gegangen, die Fähigkeit, irgendein Problem ernsthaft zu diskutieren. Es darf sich alles immer nur so auf dem Anne-Will-Niveau bewegen. Oder Maiput-Illner ist egal. Oder Plasberg. Alles das gleiche Niveau. Bloß nicht an der Oberfläche kratzen. Sobald es grundsätzlich wird, nein, das wollen wir auf keinen Fall vielleicht hatten. Einer von ihnen gesehen, ich war neulich mal ausnahmsweise mal in einer Talkshow bei Phoenix. Und kaum hatte ich was gesagt, sagte der Moderator, jetzt wird es aber grundsätzlich. Ja, das ist... Aber es war so ein Vorwurf. Jetzt jetzt grundsätzlich. Ja, es muss grundsätzlich werden, weil alles grundsätzlich falsch ist. Wenn es grundsätzlich falsch ist, muss man ja grundsätzlich werden, um es wieder hinzubiegen. Aber das ist verboten natürlich in solchen Talkshows. Man darf immer nur so ein Zentimeter unter der Oberfläche bleiben, weil sonst wird der Zuschauer verrückt und er lernt Dinge, die er eigentlich nicht lernen soll. Einige von Ihnen sind ja vielleicht jenseits dieser... Ich weiß gar nicht genau, wo die Grenze ist. Östlich von der Grenze aufgewachsen. Und wenn Sie sich vielleicht wundern, ja, der Westen war doch berühmt dafür, der Herr Redner, da kann man doch über alles reden, oder? Da kann man doch alles diskutieren. Denn es ist doch eine freie Gesellschaft, eine freie Presse. Und jedes Thema kann man jederzeit diskutieren. Ja, es stimmt leider nicht. Viele Themen können überhaupt nicht diskutiert werden. Und weil unsere freie Presse sich nämlich auch zu einem sozusagen, ja, Kartell, ich will nicht sagen Verschwörung, Verschwörung hat das nichts zu tun, aber zu einem Kartell, einem Schweigekartell zurechtgefunden hat und man einfach nicht bereit ist, bestimmte kritische Fragen zu stellen, die man aber stellen muss, wenn man ernsthaft miteinander leben will. Und vor allem, wenn man länderübergreifend miteinander leben will, wenn Europa miteinander auskommen will, dann muss man ernsthafte Fragen auch gegenüber sich selbst... Ja, man muss sie sich gefallen lassen. Man muss sie auch gegenüber sich selbst stellen. Und man kann nicht so tun, als hätte man mit all dem nichts zu tun. Aber das Ganze geht noch ein bisschen tiefer und das will ich am Anfang gleich versuchen darzustellen. Weil diese Frage, die wir jetzt hier behandeln, das ist auch eine Frage, die wirklich unser gesamtes Verständnis von Ökonomik oder Volkswirtschaftslehre betrifft. Unser gesamtes Verständnis deswegen... Oh ja, wenn es ein bisschen dunkler ist, sieht man es besser. Unser gesamtes Verständnis, denn wir glauben ja, wir wüssten, wie dieses System, mit dem wir leben, mit dem wir schon so viele Jahrzehnte leben, wie dieses System funktioniert. Aber ich werde heute Abend behaupten, nein, wir wissen das überhaupt nicht. Wir wissen nicht, wie dieses System funktioniert, sondern wir haben eine Idee von einem System, die aber nichts mit dem zu tun hat, was da unten in der Wirklichkeit stattfindet. Und das, was die Ökonomen aufgebaut haben, meine Kollegen Ökonomen aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, ist ein Zerrbild. Nein, Zerrbild ist es falsch. Es ist ein Bild, was mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat und auch oft gar nichts zu tun haben soll. Es ist ein Spiel sozusagen. Sie haben ein Glasperlenspiel erfunden und sie spielen dieses Glasperlenspiel und nur ab und zu berühren sie mal sozusagen dann einen Journalisten und dann sagt er, sag doch mal was. Und dann sagt er was aus einem Glasperlenspiel und dann sind alle Leute wieder verwirrt, weil das Glasperlenspiel ja gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Also deswegen muss man sich etwas grundsätzlich ernähren und die grundsätzliche Frage, um die es geht, das habe ich auch gestern mit den Studenten an der FU diskutiert, die grundsätzliche Frage, um die es geht, ist unser Verständnis von Markt und Arbeitsmarkt. Und deswegen beginne ich mal mit der Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich. Und das sieht man in den letzten, wenn man nur die Zeit nach der Krise betrachtet, nach der großen Finanzkrise, nach der globalen Finanzkrise 2008, 2009, ist der ganze Welt die Arbeitslosigkeit sehr stark gestiegen und man sieht, ein Kontinent hat dramatisch versagt bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der heißt Europa. Und warum hat dieser Kontinent versagt? Amerika, man sieht es, hat es immerhin geschafft, die Arbeitslosigkeit deutlich zu reduzieren auf einen Wert von vor der Krise, das kann man jetzt hier nicht sehen, aber auf den Wert, den es vor der Krise hat. Auch in Japan ist die Arbeitslosigkeit traditionell sehr niedrig und ist reduziert worden. Nur Europa ist praktisch nichts passiert. Und deswegen haben wir alle diese Probleme in Europa, weil wir unfähig sind, das zentralste Problem, was die Menschen überhaupt in einer Marktwirtschaft haben, nämlich Arbeitslosigkeit zu lösen. Wir sind unfähig, es zu lösen. Und warum sind wir unfähig, es zu lösen? Nun, weil wir immer glauben, Achso, Entschuldigung, da muss ich noch einmal zurück. Weil wir glauben, es sei nur lösbar mit den Mitteln der traditionellen Ökonomik. Und das ist fundamental falsch. Das ist auch einer der Kernpunkte dieses Buches. Das ist grundsätzlich falsch. Aber wenn man jetzt diese Frage stellt, dann kommt sofort der Nächste. Einmal sagen sie alle, ach ja, guck mal, aber Europa hat es nicht geschafft, aber ein Land, ein Land ist doch besser. Ein Land ist doch wie Phönix aus der Asche aufgestiegen und hat es geschafft. Die Italiener und die Franzosen sind leider zurückgeblieben. Die Globalisierung hat sich sozusagen hinweggefegt. Aber Deutschland hat es geschafft. Deutschland ist der helle Stern in einem dunklen Europa. Und dann wissen wir doch sofort, woran es liegt. Woran liegt es, dass Deutschland es geschafft hat? Und genauso geht die Diskussion übrigens, wenn ich an Universitäten gehe und mit traditionellen Ökonomen, neoklassischen, neoliberalen, wie immer sie nennen wollen, Ökonomen diskutiere, dann kommen wir immer genau zu dem Punkt. Dann sagen sie, aber Deutschland hat es doch geschafft. Und warum hat es Deutschland geschafft? Das weiß doch jeder. Nun, weil wir irgendwann unter Rot-Grün Anfang der 2000er Jahre einen hellen Moment hatten und unser Gürtel enger geschnallt haben und das getan haben, was man in einer Marktwirtschaft tun muss, um Beschäftigung zu schaffen, um die Arbeitslosigkeit abzubauen, nämlich die Löhne zu senken. Und damit ist doch bewiesen, die anderen können das nicht, was wir können, die können die Löhne nicht senken. Und Deutschland hat die Löhne gesenkt und ist deswegen der einsame Sieger in Europa. Das ist eine furchtbar einleuchtende Geschichte, wie gesagt, mit den herrschenden Ökonomen ist es genau an der Stelle immer zu Ende. Sie sagen dann Hartz IV, Agenda und Deutschland hat weniger Arbeitslosigkeit, alles klar. Das ist aber ein fundamentaler Irrtum. Da ist eben nichts klar. An der Stelle ist eben nichts klar noch. Denn man muss immer fragen, warum ist es so gewesen, was gab es denn sonst noch im Rest der Welt und hat das vielleicht etwas mit Deutschland zu tun? Aber die Frage wird nie gestellt in Deutschland. Die Frage darf man nicht stellen. Wir schauen uns ein paar Zahlen an oder ein paar Entwicklungen an. Manche sagen, ja, wir sind unglaublich produktiv. Das stimmt schon mal nicht. Wir sind nicht unheimlich produktiv, sondern die Produktivität ist in Deutschland genauso gestiegen wie in Frankreich. In den letzten Jahren, seit immer die meisten Grafiken beginnen mit dem Beginn der Währungsunion 1999. Absolut gesehen ist die Produktivität in Frankreich höher oder niedriger als in Deutschland. Höher. Erstaunlicherweise, aber die Statistik ist sicher falsch. Ich meine, wie kann das sein? Die haben einen Staatsanteil von 56 Prozent, die können ja nicht höhere Produktivität haben, weil Deutschland ist ja unmöglich. So Statistiken sind immer falsch. Das ist ja klar. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es kommt auf die absolute Produktivität überhaupt nicht an. Es kommt auf die absolute Produktivität nicht an. Sondern immer nur das, was wir mit der Produktivität machen, das werde ich gleich erklären. Das hat übrigens von Merkel nicht verstanden. Sie hat es gerade jetzt wieder bewiesen. Im Interview hat sie gesagt, was wir brauchen in Europa ist Konvergenz. Stimmt. Aber welche Konvergenz? Das hat sie nicht gesagt, weil sie es nicht weiß. Sie weiß es ganz sicher nicht. Was ist denn Konvergenz? Heißt Konvergenz, dass wir alle gleich werden müssen, dass wir alle den gleichen Lebensstandard haben müssen, dass wir alle genau gleich viel Rotwein trinken, genau gleich viel Freizeit haben, genau gleich hohe Rente haben. Oder was ist Konvergenz? Nein, das braucht man in einer Währungsunion alles nicht. Man braucht keine reale. Das ist die reale Konvergenz. Dass das Ökonomen manchmal reale Konvergenz nennen. Dass die Lebensstandards sich annähern. Nein, das braucht man in einer Währungsunion nicht. Da dürfen die Menschen ganz unterschiedlich leben. Die einen dürfen viel Rotwein trinken, die anderen wenig. Das ist kein Problem. Die einen dürfen hohe Produktivität haben, die anderen niedrige. Auch kein Problem. Also Deutschland mit seiner niedrigen Produktivität gegenüber Frankreich ist kein Problem. Ja. Und Italien mit seiner niedrigen Produktivität gegenüber Deutschland ist auch kein Problem. Darum geht es nicht. Es geht um nominale Konvergenz. Und dann ist das was Nettes. Es geht um nominale Konvergenz. Das heißt, es geht um die Konvergenz unserer nominalen Ansprüche an das Bruttoinlandsprodukt. Das sind unsere Löhne. Unsere Löhne im Verhältnis zu unserer Produktivität. Darum geht es um sonst nichts. Darum geht es in einer Währungsunion. Aber das haben wir heute, die Währungsunion ist jetzt fast genau 20 Jahre alt, immer noch nicht verstanden. Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gab ja vorher noch eine Währungsunion. Einige von Ihnen haben die ja miterlebt hier. Auch die haben wir nie verstanden. Jetzt haben wir 30 Jahre, zwei Währungsunion, immer noch keine einzige verstanden. Das ist doch toll. Das spricht doch für ungeheure Problemlösungskompetenz in der Politik. Wir haben beide nicht verstanden. Wir haben beide sogar in irgendeiner Weise gegen die Wand gefahren. Aber das macht uns nichts. Wir wollen Konvergenz. Nein, wir brauchen nominale Konvergenz. Und das will ich ein bisschen erklären. Aber zunächst mal zurück zu den Reallöhnen. Man sieht es ja in Deutschland deutlich, was passiert ist in Deutschland zu Beginn der 2000er Jahre. Das war eine rot-grüne Regierung unter Schröder. Hat es massiven Druck auf die Löhne gegeben. Die Löhne sind viel weniger gestiegen, als sie hätten steigen können. Nämlich die Löhne können normalerweise in der Marktwirtschaft so steigen wie die Produktivität. Aber man sieht in Deutschland sind sie wesentlich weniger gestiegen als die Produktivität. Wenn man da gegen Frankreich vergleicht, sieht man in Frankreich die Produktivität genauso gestiegen. Aber die Löhne sind eben auch gestiegen. Und das kann ja nicht gut gewesen sein. Das kann ja nicht richtig gewesen sein, dass die Löhne gestiegen sind wie die Produktivität. Denn in diesen Zeiten der Globalisierung, wo alles neu und anders ist, wo der Chinese dauernd um die Ecke kommt, da müssen wir den Gürtel enger schnallen. Nein, das ist falsch. Wir müssen den Gürtel überhaupt nicht enger schnallen. Die Franzosen haben es richtig gemacht und die Deutschen falsch. Aber das ist eben eine komplizierte Geschichte oder ein bisschen kompliziertere Geschichte als die übliche Geschichte. Das ist die Einkommensrelation in Deutschland. Ich will das nur nochmal zeigen. Die Verteilungsrelation. Auch da sieht man, was nach 1995 passiert ist. Die unteren sind abgehängt worden. Die unteren sind nach unten gegangen. Die oberen sind nach oben gegangen. Und das halten wir jetzt inzwischen für normal. Alle Leute reden ja in Deutschland über Ungleichheit. Aber keiner sagt, was man dagegen tun kann. Vielleicht kommen einfach die Löhne von den unteren erhöhen wieder oder die den oberen was abnehmen. Nein, aber darüber, Sie können Leute erleben, mein nicht weit von hier, Kollege Marcel Fratscher, der kann ganze Bücher schreiben über Ungleichheit. Aber wenn es darum geht, was man dagegen tun kann, da ist es gerade vorbei. Da ist es gerade vorbei. Da fällt ihm dann nichts mehr ein. Das ist komisch, ne? Wenn die Löhne gesunken sind, der unteren, dann muss man jetzt was tun, dass sie steigen. Das ist doch ganz einfach. Dann geht die Ungleichheit wieder weg. Jedenfalls teilweise. Auch hier in Frankreich genau die gleichen Kurven sieht man, dass nichts passiert. Jedenfalls in diesem Zeitraum. Und das ist ja doch immerhin erstaunlich, dass ein Land sozusagen dagegen gehalten hat, sich nicht den Kräften der Globalisierung, die wir für objektive Kräfte irgendwie halten, das ist ja irgendwie objektiv über uns gekommen, dass wir das ein Land, das genauso groß und fast genauso stark ist wie Deutschland wirtschaftlich, das ein Land sich nicht diesen Kräften der Globalisierung gegeben hat. und wir wissen ja warum. Nun, deswegen geht es ihnen heute so schlecht, ne? Und uns geht es so gut. Weil wir haben jetzt den Kräften der Globalisierung ergeben, wir haben Löhne gesenkt, die Franzosen haben es nicht getan und deswegen geht es ihnen schlecht und uns geht es gut. Das ist doch eine einfache Geschichte. Leider funktioniert die Welt nicht so. Das will ich jetzt nicht mal nochmal weiter zeigen. Das ist die gesamte Lohnquote in Europa und die Arbeitslosigkeit in Europa. Da sieht man, die Lohnquote ist massiv gedrückt worden in ganz Europa, aber in ganz Europa hat es nicht funktioniert, was in Deutschland funktioniert hat. Nämlich die Arbeitslosigkeit ist nicht gesunken. Sie ist eben nicht gesunken, sondern sie ist extrem hoch geblieben die ganze Zeit, über viele Jahre, das geht ja hier von 1970 an. Immer war Druck auf die Löhne, aber nie ist was passiert, außer in Deutschland. So. Und da müssen wir kurz darüber reden, warum das so ist. Das hat eben mit nominalen Größen zu tun, nämlich nicht mit realen Größen. Das ist das Erstaunliche, was die Leute immer nicht verstehen, was auch die meisten Ökonomen nicht verstehen, aber für Laien auch schwer verständlich ist. Was ist das bedeutsam bei dem Nominalen? Also das, was sie an Löhnen ausgezahlt kriegen, das sind die Nominallöhne. Was man ihnen so in die Tasche steckt, das sind die Nominallöhne. Wenn sie die Inflationsrate abziehen, haben sie die Reallöhne. Also Minus Inflationsrate ist ihre Kaufkraft. Aber das Entscheidende passiert tatsächlich zunächst mal bei den nominalen Löhnen. Denn die werden ja auch verhandelt, die werden von den Gewerkschaften verhandelt mit den Unternehmern. Es wird immer nominal abgeschlossen oder Geldlöhne, wie immer man es nennen will. Und hier sieht man einen einfachen Zusammenhang, da gerade eben der Zusammenhang offensichtlich nicht gilt. Also die klassischen Ökonomen behaupten, wenn du die Lohnquote senkst, wenn also die Löhne hinter der Produktivität zurückbleiben, wie das in Deutschland war, dann wird die Arbeitslosigkeit sinken. Aber für ganz Europa, wie gesagt, ist das schwer zu sehen, obwohl die Löhne überall unter Druck waren. Und deswegen müssen wir uns auf einen anderen Zusammenhang konzentrieren, der da heißt, der Zusammenhang zwischen Inflation und Löhnen. Nämlich wenn die Löhne nicht die Arbeitslosigkeit beeinflussen, was beeinflussen sie denn? Und hier ist die Antwort, die Löhne beeinflussen in erster Linie die Inflation. Erstaunlicherweise. Jedenfalls über relativ lange Fristen, nämlich für alle wichtigen Industrieländer, sind hier zwei Perioden, jedes Land hat also zwei Punkte. Und das sind nicht die Löhne als solches, sondern die Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Also wieder das, was wir uns leisten im Verhältnis zu unserer Produktivität. Leben wir über unseren Verhältnissen, steigen die Löhne sehr viel stärker als sie. Produktivität, leben wir unter unseren Verhältnissen, steigen sie nur wie die Produktivität oder sogar darunter. Und da kommt etwas Erstaunliches raus, nämlich ein extrem enger Zusammenhang über diese ganze Zeit, über lange Fristen offensichtlich. Das zeigt, wenn ich die Löhne senke, passiert in erster Linie nicht ein Rückgang der Arbeitslosigkeit, sondern in erster Linie gibt es einen Rückgang der Inflation. Manchmal wundern wir uns ja, warum in Europa sowas wie deflationäre Tendenzen herrschen, warum Herr Draghi die Zinsen auf Null gesetzt hat. Nun, weil deflationäre Tendenzen herrschen. Woher kommt die Deflation in Europa? Ja, die kommt aus Deutschland. Die kommt von nirgendwo aus. Also aus Deutschland. Deutschland hat die Deflation gemacht. Der Punkt da ganz unten, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, der Rote da, das ist Deutschland. Ganz da unten liegt Deutschland. Das heißt, in Deutschland sind die Löhne im Verhältnis der Produktivität kaum gestiegen. Die Nominallöhne. Und gleichzeitig war die Inflationsrate sehr niedrig. Und das übt Druck auf die anderen Europäer aus, weil wir sind eine Währungsunion. Und was bedeutet Währungsunion? Nun, Währungsunion bedeutet eben, dass wir uns, was haben wir getan? Warum machen wir eine komische Währungsunion? Ist leider auch damals in Ost- und Westdeutschland nicht richtig verstanden worden. Ja, Währungsunion heißt eben nicht, dass wir sofort alle den gleichen Lebensstandard haben. Ich bin damals immer durch die noch existierende DDR gereist und habe gesagt, Leute, es hat nichts mit dem Lebensstandard zu tun. Es hat nur was, es ist eine monetäre Frage, eine nominale Frage. Es hat damit zu tun, dass ihr hinterher das gleiche Preisniveau oder die gleiche Inflationsrate habt wie Deutschland, aber nicht den Lebensstandard. Aber in Ostdeutschland haben ganz viele geglaubt, doch, wenn wir jetzt die D-Mark haben, haben wir sofort den westlichen Lebensstandard. War ein Irrtum. Hat nichts damit zu tun. Währungsunion heißt nur, ich will in Zukunft die gleiche Inflationsrate erreichen. Ich strebe an, die gleiche Inflationsrate zu erreichen. Und diese Inflationsrate, um die zu erreichen, schaffe ich eine einzige Institution, eine zentrale Institution und die heißt Europäische Zentralbank. Wir geben unsere Macht, die nationale Zentralbankmacht ab, an eine europäische Institution und die Institution tut nichts anderes. Das steht auch in allen Gesetzen, in allen Statuten dieser Bank. Die hat nichts anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass die Inflationsrate einheitlich hoch ist. Nun, wie macht sie das? Das ist die einfache Frage, wie sie das macht. Und das sieht man hier an dieser Grafik, kann man das sehen. Sie müsste es so machen, dass sie irgendwie Einfluss auf die Löhne nimmt. Das tut sie aber nicht. Warum tut sie das nicht? Wenn sie doch die Inflationsrate steuern will, muss sie die Löhne steuern. Sehen Sie, da kommen wir an einen ganz kritischen Punkt, der politisch auch dramatisch kritisch ist, sozusagen, dem aber niemand verstehen will. Das ganze Konstrukt der europäischen Währungsunion wurde aufgebaut auf der Idee, dass die Inflation nicht von den Löhnen kommt, sondern unmittelbar von der Geldpolitik, von der Notenbank. Die ganze Idee, die ganze Grundidee des Maastricht-Vertrages war, du hast, du schaffst eine Institution, nämlich die Europäische Zentralbank, und diese Zentralbank macht, wie durch ein Wunder, die gemeinsame Europäische Inflationsrate. Mit den Löhnen hat das nichts zu tun. Weiß jemand, wie man diese Idee nennt? Und diese Idee nennt man Monetarismus. Das ist die Idee, es gibt eine Geldmenge und diese Zentralbank steuert eine Geldmenge und mit der Geldmenge bestimmt sie die Inflationsrate. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Idee ist falsch. Heute glaubt keine Notenbank der Welt mehr an Monetarismus. In allen Notenbanken der Welt ist der Monetarismus vollständig tot. Nach 20 Jahren, oder ein bisschen mehr, 25 Jahren? Also 25 Jahre, nachdem der Maastricht-Vertrag geschaffen wurde, dessen Grundlage der Monetarismus war, glaubt niemand mehr an Monetarismus auf der ganzen Welt. Das ist doch irre. Also die inhaltliche Grundlage des Maastricht-Vertrags ist fundamental falsch. Und was macht die Europäische Zentralbank? Nun, sie macht das, was sie unter den Umständen tun kann, aber sie verstößt dauernd gegen die Verträge. Ja, weil die Verträge ja falsch sind. Was soll Herr Draghi denn machen? Soll er falsche Politik machen, weil die Verträge falsch sind, oder soll er richtige Politik machen, obwohl die Verträge falsch sind? Das ist doch die einfache Frage, die der armer Mann zu beantworten hat. Und er hat sie eindeutig beantwortet. Er hat gesagt, ich mache richtige Politik, obwohl die Verträge falsch sind. Und dann rennen die deutschen Juristen immer zum Bundesverfassungsgericht und sagen, der verstößt gegen die Verträge. Ja, aber es stellt niemand die Frage, was ist mit dem Vertrag? Ist der Vertrag vernünftig oder nicht? Die Frage stellt niemand. Ich war neulich in London auf einer Konferenz, wo renommierte Juristen auftraten und die sagten alle, Europa ist eine Katastrophe. Warum ist es eine Katastrophe? Weil die EZB die ganze Zeit gegen die Verträge verstößt. Aber es hat kein Mensch daran gedacht, dass die Verträge vielleicht falsch sein könnten. Und sehen Sie, wenn man jetzt Europa retten wollte, dann müsste man zunächst eigentlich Verträge ändern. Das ist das, was diese komische italienische neue Regierung sagt, erstaunlicherweise. Die wollen dann die Verträge ran. Ja, man müsste die Verträge ändern, man müsste sie umschreiben, man müsste sie fundamental umschreiben. Aber weil sie, weil das so schwierig ist, es ist ja nur politisch schwierig, weil müssen alle Länder zustimmen, das muss man mal nicht vorstellen, man soll das zustande kriegen, mit allen Ländern ein Einvernehmen darüber, was die richtige ökonomische Theorie ist. Unmöglich. Und deswegen macht man nichts. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute, die jetzt verantwortlich sind, nichts tun dürfen oder immer das Falsche tun müssen, obwohl sie wissen, dass es falsch ist oder wäre. Nein, sie versuchen das Richtige zu tun, obwohl es gegen die Verträge verstößt. Wie gesagt, das Richtige wäre, dass es Lohnkoordinationen gibt, weil nur über Lohnkoordinationen kann man am Ende eine gemeinsame Inflationsrate herstellen. Nur daran hat am Anfang dieser Währungsunion niemand gedacht. Und das ist das zentrale Problem, an dem wir immer noch zu knabbern haben. Das ist das zentrale Problem. Übrigens auch das Problem zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland gewesen. Wenn ich da ähnliche Kurven aufmalen würde, würden die ganz genauso aussehen. Die Lücke wäre ein bisschen größer noch, aber die würden ganz ähnlich aussehen. Es ist eine Lücke entstanden zwischen den Lohnstückkosten in Frankreich und in Deutschland. Das ist das Problem der Europäischen Währungsunion. Ich zeige gleich die anderen Länder, ein paar andere Länder noch. Aber diese Lücke zwischen Deutschland und den anderen Ländern ist generell das Problem. Und jetzt muss man nur noch eine Frage beantworten, wer hat es denn richtig und wer hat es falsch gemacht? Das ist doch ganz einfach. Und diese Frage kann man ganz einfach beantworten, weil wir ja wissen, dass die Lohnstückkosten, das sind die Lohnstückkosten, dass die Lohnstückkosten am Ende die Preise bestimmen. Wenn ich also eine gemeinsame Inflationsrate habe, muss sich jeder an diese gemeinsame Inflationsrate halten, oder? Und man muss sich mal vorstellen, was war das denn für eine Inflationsrate, das die damals beschlossen haben oder die ist nicht offiziell beschlossen worden. Die EZB hat die festgelegt, in den Verträgen steht nur stabile Inflation. Nun, das waren 2%. Warum denn 2%? Ja, weil 2% war die deutsche Inflation, weil die Deutschen niemals 2,2% mitgemacht haben. Es musste sogar ein bisschen unter 2% sein. 1,9% ist offiziell die Inflationsrate. Leicht unter 2%, weil die Deutschen bei 2,2% wäre ja die Hyperinflation ausgebrochen. Das wollten die Deutschen auf keinen Fall. Ja, 3% wäre katastrophal gewesen. 4% der Weltuntergang ungefähr. Also sie haben, alle anderen Europäer haben auch gesagt, na gut, lasst die Deutschen, wenn sie 2% wollen, machen wir 2%. Und die Einzigen, die sie daran gehalten haben, wer war das Land, das sich daran gehalten hat? Ja, es hat sich nur ein einziges Land daran gehalten. Hier ist die Inflationsrate eingemalt. Das heißt aber nicht Deutschland, sondern Frankreich. Das einzige Land, das sich daran gehalten hat, heißt Frankreich. Und Deutschland hat massiv unter seinen Verhältnissen gelebt und andere haben über ihren Verhältnissen gelebt. Das heißt, sie haben sich zu viel Löhne im Verhältnis ihrer Produktivität gegönnt und Deutschland hat sich zu wenig Löhne im Verhältnis seiner Produktivität gegönnt. Ist ja eigentlich ein einfaches Problem, wenn man 2008, 2009, als die Krise ausgebrochen ist, hätte man hier hingucken müssen. Hätten die Finanzminister mal hingeguckt, hätten gesagt, ach guck mal, da ist ein Problem aufgetreten. Wir sind drunter, ihr seid drüber, wir müssen wieder zusammen. Denn es ist vollkommen klar, dass diese Lücke nicht existieren kann. Warum kann keine Lücke von 20% existieren? Nun, das weiß man wieder, zwischen Ost- und Westdeutschland gab es auch große Lücken. Ja, weil immer die billigen Produkte gekauft werden. Das wird immer das billige Zeug gekauft und nicht das teure. Und das hat übrigens nichts mit der Qualität zu tun, weil Qualität ist immer schon in den Preisen enthalten. Wenn aber ein qualitätsmäßig hochstehendes Produkt plötzlich 20% billiger wird oder teurer wird, dann kaufen die Leute auch das qualitätsmäßig hochstehende Produkte, wenn der absolute Preis vorher höher war als von dem billigen Produkt. Weil die Leute schon eine Ahnung davon haben, wie viel Qualität in einem Produkt steckt oder nicht. Und die deutschen Produkte sind billig geworden. Die sind eben jetzt die ganze Zeit im Vergleich zu Frankreich um 15, 20% zu billig. Und was kaufen die Leute? Nun, die kaufen natürlich deutsche Produkte eher als französische. Kann man sagen, ist ja gut, oder? Ist doch gut. Gut für uns. Gut für unsere Arbeitsplätze. Warum beklagen die anderen sich? Ja, aber das zeigt hier, warum Deutschland erfolgreich war im Vergleich zu den anderen. Das ist die Lösung des Problems. Nicht das, was ich vorhin gezeigt habe. Nicht diese Reallohn zurückbleiben. Sondern dass das wirklich passiert, ist ein nominales Problem. Wir sind nominal zurückgeblieben. Internationalen Handelszahlen zählen nun mal nominale Größen. Da kommt es auf die Preise nämlich an. Welche Preise kommen am Ende raus? Wenn die Preise in einem Land billig sind, im anderen hoch. werden die Güter, vergleichbare Produkte, werden in dem billigen Land gekauft. So. Jetzt wissen wir schon mal, dass einige was falsch gemacht haben. Jetzt hätte man das Problem ja leicht lösen können. 2008, 2009, wie gesagt, die Minister hätten sich zusammengesetzt, haben gesagt, ihr seid zu tief, die anderen zu hoch. Was machen wir jetzt? Ihr geht hoch und wir gehen runter. Hätte man nach zehn Jahren das Problem gelöst. Aber man sieht, so ganz ist das nicht gelungen. Man sieht, die einen haben sich ganz ungeheuer angestrengt, da runter zu kommen, aber das unten, die haben nicht viel getan, um hochzukommen. Obwohl die auch eindeutig gegen die Regel verstoßen haben, um die es geht, nämlich die Inflation. Und man sieht jetzt auch, die anderen gehen unter die Inflationsrate sogar. Das heißt, das ganze System wird deflationär. Deswegen sind die Zinsen übrigens null. Nicht, weil Herr Draghi keine Ahnung hat, sondern weil er Deflation bekämpfen will. Und nicht, weil er die deutsche Sparer schädigen will. Nein, er will die Deflation bekämpfen. Ich habe schon gesagt, woher kam die Deflation oder woher kommt die Deflation? Immer noch aus Deutschland. Aber wir regen uns furchtbar darüber auf, dass die Deflation, die aus Deutschland kommt, zu Nullzinnen führt, weil es unseren Sparer schädigt. Warum hören wir nicht auf mit der Deflation? Wir können ja einfach damit aufhören, oder? Aber nein, wir hören nicht damit auf. Weil es ja scheinbar so komfortabel ist, wenn wir in einer solchen Situation sind. Ich werde gleich noch erklären, warum. Es ist aber nicht komfortabel für die anderen, es ist nicht komfortabel insgesamt, wenn es so etwas gibt. Denn jetzt kommt die Frage, ja, wer gleicht sich an und wie gleicht man sich an? Und was passiert, wenn man sich angleicht? Was passierte früher, als es noch keine europäische Währungsunion gab, als die Italiener zu hohe Inflation hatten und zu hohen Lohnkosten im Verhältnis zu ihrer Produktivität. Jeder weiß es, sie hatten eine italienische Lira, Lira hieß die Währung, das weiß heute kaum noch jemand. Und diese Lira wurde dann abgewertet, die wurde um 20% abgewertet, wenn die mal 20% über uns lagen, dann wurde abgewertet und war das Problem gelöst. Dann schossen die da runter und dann war das Problem gelöst. Nur in der europäischen Währung kann man nicht mehr abwerten. Und jetzt kommt die einfache Frage, sehen Sie, jetzt kommt das eigentliche Problem. Denn jetzt, wer diktiert in solchen internationalen Verhandlungen die Anpassung? Nun der Stärkere. Und wer ist der Stärkere in Europa? Der Stärkste. Wir natürlich. Und was haben wir den anderen gesagt? Guckt, ihr müsst da runter. Denn wir sind gut, ihr seid böse. Wir haben alles richtig gemacht, ihr habt alles falsch gemacht. Und wir glauben ja ganz fest daran, dass das, was bei uns gut gelaufen ist, dass es daran hängt, dass wir unsere Gürtel enger geschnallt haben. Wir wissen inzwischen, dass es damit gar nichts zu tun hat. Es hat nur was mit den Preisen zu tun, die zwar auch mit dem Gürtel enger schnallen zu tun haben, aber dass wir real hinter unserer Produktivität zurückgeblieben sind, ist dabei gar nicht wichtig. So. Und dann sagen wir, den anderen, ihr müsst das jetzt auch machen. Griechenland ist jetzt leider in der Grafik hier nicht drin. Griechenland hat seine, oh, die Farben sehe ich gerade, stimmt irgendwie nicht. Doch, das Blaue ist Griechenland. Spanien hat die falsche Farbe und die Blaue oben ist Griechenland. Da ist was schief gelaufen. Griechenland hat seine Löhne dramatisch gesenkt, um sich anzupassen, um endlich mit Deutschland gleichzuziehen. Und was ist passiert? Die haben die Reallöhne, das müssen Sie sich jetzt vorstellen, die Reallöhne wieder, also ihre Kaufkraft, um 30 Prozent gesenkt. Die durchschnittlichen Einkommen der Arbeiter in Griechenland sind um 30 Prozent gesunken. Und was passiert, wenn man die Löhne um 30 Prozent senkt? Das weiß jeder in der Marktwirtschaft. Wenn der Preis eines Produktes fällt, wird dieses Produkt mehr nachgefragt. Das ist doch klar. Wenn der Preis für Arbeit fällt, wird mehr Arbeit nachgefragt, oder? Das ist das, was alle glauben. Das ist das, was 98 Prozent aller Ökonomen glauben. Die Studenten gestern haben das nochmal bestätigt. In allen Vorlesungen wird so ein Angebotsnachfragekreuz hingemalt. Und wenn man den Reallon senkt, dann hat man bald Vollbeschäftigung. So haben die Griechen dann Vollbeschäftigung erreicht. Das ist doch klar. Ja, wenn ich meinen Lohn um 30 Prozent senke, muss ich doch Vollbeschäftigung erreichen, oder? Nein, ich erreiche eben keine Vollbeschäftigung. Ich erreiche keine Vollbeschäftigung, sondern was in Griechenland passiert, ist eine extreme Arbeitslosigkeit entstanden. Und sehen Sie, da ist der entscheidende Knackpunkt, um den es geht. Das hat tatsächlich mit Ökonomik zu tun, und man kann das nicht verstehen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wenn man nicht ein bisschen was über Ökonomik weiß. Denn die ganze Idee der neoklassischen Ökonomik ist, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Das ist die Grundidee. Und das habe ich am Anfang auch gezeigt. Deswegen sagen Sie, in Deutschland sind die Reale hinter der Produktivität zurückgeblieben. Und deswegen ist es in Deutschland besser. Nein, inzwischen sind in Griechenland die Reale massiv hinter der Produktivität zurückgeblieben. Und ist es besser? Nein. Weil es damit gar nichts zu tun hat. Das ist eben ein vollkommener Fehlschluss. Das Einzige, was passiert ist, das Einzige, was Deutschland getan hat, das sieht man hier, Deutschland ist nominal unter den anderen geblieben, konnte seine Preise senken. Aber Griechenland ist so weit runtergegangen und ist immer noch über Deutschland. Es ist immer noch nicht in der Lage, Deutschland zu unterbieten. Das heißt, es hat seine Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen verbessert gegenüber den anderen, gegenüber Italien vielleicht, aber nicht gegenüber Deutschland. Aber gleichzeitig hat es seinen Binnenmarkt zerstört. Warum hat es seinen Binnenmarkt zerstört? Nun überlegen Sie mal, wenn Ihre Löhne alle morgen um 30% sinken. Ja, was machen Sie übermorgen? Sie kaufen 30% weniger, weil es bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig. Was sollen Sie denn tun? Wenn Sie aber 30% weniger kaufen, dann haben die Unternehmen 30% weniger Einnahmen. Die haben zwar 30% weniger Löhne, aber die Kapazitätsauslastung sinkt dramatisch. Was machen die Unternehmen? Stellen die Leute ein? Nein, die schmeißen 30% der Leute raus, weil dann haben sie bei niedrigen Löhnen wieder sozusagen Vollbeschäftigung. Nur sehen Sie, diesen einfachen Gedankengang, den kann man einem Mainstream-Ökonom, einem neoklassischen Ökonom nicht beibringen. Da können Sie sich auch im Kopf stellen. Wenn jetzt der Sinn hier wäre, der würde verrückt werden. Ich habe es ihm aber auch schon direkt gesagt. Aber das können Sie nicht verstehen. Weil wenn Sie das verstehen würden, oder wenn Sie zugeben würden, dass die Löhne die Preise bestimmen und nicht die Arbeitslosigkeit, dann bricht Ihre ganze Welt zusammen. Die ganze neoklassische, neoliberale Welt, die uns alle dominiert, die letzten 30 Jahre, mindestens, die bricht vollständig in sich zusammen, wenn der neoklassische Arbeitsmarkt nicht mehr funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. dann ist diese Welt tot. Und jetzt verstehen Sie auch, warum die kämpfen wie die Löwen. Die kämpfen für dieses Dogma wie die Löwen, weil sie wissen, dass die ganze Ideologie, dieser ganze ideologische Überbau, den sie da aufgebaut haben, dass der nicht ein Pfennig wert ist, ein Pfennig, sage ich, ein Cent, Pfennig kommt jetzt wieder, später. Ein Cent wert ist, wenn, dieser Arbeitsmarkt nicht funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Und er funktioniert nicht wie ein Kartoffelmarkt, er funktioniert genau umgekehrt. Er funktioniert wie ein gesamtwirtschaftlicher Markt, nämlich, die Nachfrage ist entscheidend und wenn die Nachfrage sinkt, dann gibt es Arbeitslosigkeit, wenn man die Löhne senkt und nicht umgekehrt. Und das ist aber schwer zu verstehen, sehen Sie, das ist ja auch nicht, es ist überhaupt nicht leicht zu kommunizieren, auch wenn ich in linke Veranstaltungen gehe, ist es nicht leicht zu kommunizieren. Wenn ich in Gewerkschaftsveranstaltungen gehe, ist es ganz schwer. Dann sage ich immer meinen Lieblingssatz, dann sage ich immer, Lohnsenkung bedeutet unmittelbar Vernichtung von Arbeitsplätzen. Da müssten immer die Gewerkschafter sehen, wie die gucken. Denn die haben ja dauernd Lohnsenkung beschlossen, um Arbeitsplätze zu retten. Sind keine Gewerkschafter da, oder? Einen sehe ich gerade. Keiner da. Wir nehmen an, es wäre keiner da. Ja, die haben Beschäftigungssicherungsverträge gemacht. Was heißt denn das? Das heißt nichts anderes, ich verzichte auf Lohnen, um Arbeitsplätze zu retten. Und sehen Sie, mikroökonomisch ist das ja auch richtig, in einem einzelnen Betrieb ist das richtig, nur gesamtwirtschaftlich ist es falsch. Es ist fundamental falsch. Bitte? Es ist falsch, gesamtwirtschaftlich ist es falsch. Mikroökonomisch ist richtig. Natürlich kann ich ein Unternehmen retten, wenn ich die Löhne senke. Und so kann ich auch ein Land besser machen, wenn ich die Löhne senke. Es ist genau der gleiche Prozess, sehen Sie? Nur ist die Frage, ob wir damit das Problem gelöst haben, dass ich mich gerettet habe und die anderen den Bach runtergehen. Das ist die Frage, die wir beantworten müssen und die ist furchtbar leicht zu beantworten. Denn wenn die anderen den Bach runtergehen, die wollen einfach nicht den Bach runtergehen, das ist komisch. Irgendwann wehren die sich dagegen, dass sie den Bach runtergehen und die Deutschen immer oben schwimmen. Ein Land kann es machen oder ein Betrieb kann es machen. Und das ist ganz schwer zu begreifen. Das ist auch für gewerkschaftlich schwer zu begreifen, weil sie auf der Betriebsebene jeden Tag erleben, dass ihre Arbeiter sagen, nein, wir kommen, wenn sie machen, überziehen mal nicht mit den Löhnen. Am Ende sind unsere Arbeitsplätze gefährdet. Ja klar. Das erzählt ihnen ja der Chef jeden Tag. Und deswegen ist es ganz schwer zu kommunizieren. Aber wir müssen es begreifen, weil wir sonst nichts begreifen. Sonst begreifen wir überhaupt nicht, wie diese Wirtschaft funktioniert. Und das ist eben der Unterschied zwischen gesamtwirtschaftlichem Denken und einzelwirtschaftlichem Denken. Das ist das, ja, was in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt wurde und in die Welt gesetzt wurde. Von einem Herrn Keynes übrigens. Der wichtigste Denker dessen war Herr Keynes. Schlimm daran ist nur, dass er Engländer ist. Aber wir feiern gerade Karl Marx, feiern wir ganz mächtig. Der wusste das alles noch nicht. Karl Marx war klassischer Ökonom übrigens. Der war klassischer Ökonom, der hat gedacht, auch so ein Mikro gedacht, der hat diese ganzen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge nicht gekannt, glaube ich. hier gibt es bestimmt Leute, die tausendmal mehr Marx als ich gelesen haben, aber ich behaupte es mal. Nein, das alles entdeckt wurde in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Herrn Keynes und ein paar anderen. Und das hätten wir eigentlich lernen können. Wir hätten es lernen können, nur wir wollten es nicht lernen. Warum wollten wir es nicht lernen? Nun, weil dieses neoklassische Dogma so toll ist, weil das neoklassische Dogma sich immer mit dem Unternehmerdogma trifft. Trifft sich immer mit dem Unternehmerdogma. Die Unternehmer wissen ja, wie die Welt funktioniert, nämlich so wie ihr Unternehmen. Das ist falsch. Das ist eben grundlegend falsch. Aber das den Unternehmern zu erklären, ist natürlich ganz schwer. Darauf kommen wir gleich nochmal. Ich bin immer noch bei der Einleitung übrigens. Aber Sie gucken ja noch ganz aufmerksam. Es geht noch. Also, das lassen wir jetzt. Was ist da rausgekommen aus dem Ganzen? Was ist da rausgekommen aus dem Ganzen? Nun, das sind solche komischen Salden im Außenhandel rausgekommen. Deutschland hat Überschüsse. Deutschland hat riesige Überschüsse im Außenhandel. Frankreich hat Defizit. Die Italiener haben zuletzt auch Überschüsse, aber nur weil sie Rezessionen hatten, das zeige ich gleich noch. Und diese Überschüsse sind das Problem. Das will wir in Deutschland ja auch nicht wahrhaben, aber diese Überschüsse sind das zentrale Problem. Und das will ich nochmal ein bisschen erklären, wenn Sie noch einen Moment Geduld haben. Das ist unser Leistenplan Saldo mit der EWU, will ich jetzt nicht mehr zeigen. Das ist nochmal Italien, Frankreich, Deutschland, will ich auch nicht zeigen. Sondern wir wollen uns mit den Überschüssen und den Defiziten beschäftigen. Denn das ist das, was am meisten miss- und unverstanden ist. Was total unverstanden ist. Was das bedeutet, wenn ein Land einen Leistenplansüberschuss hat oder auch nicht. Und um Ihnen das zu erklären, erkläre ich Ihnen mal die 60er Jahre. Das ist Deutschland, als es noch eine Marktwirtschaft war. Ja, damals war Deutschland noch eine Marktwirtschaft. Ich würde es heute, was wir haben, nicht mehr als Marktwirtschaft bezeichnen, werde ich gleich erklären. Warum war Deutschland eine Marktwirtschaft? Nun, weil sie eine Marktwirtschaft die Lösung für das schwierigste Problem gefunden hat, das man in jeder Volkswirtschaft hat. Und was ist das schwierigste Problem? Und jetzt werden Sie erstaunen, das schwierigste Problem und das größte Problem in jeder Volkswirtschaft ist das Sparen. Schrecklich. Wo wir doch alle, werden wir wieder groß mit, wir werden alle groß mit dem Gedanken, Sparen ist wichtig, Sparen, Vorsorge treiben und die jungen Generationen, die müssen alle sparen und wir müssen für die sparen und oh, Sparen ist das Wichtigste. Nein, Sparen ist das Gefährlichste. Nur das ist wieder ganz schwer. Und warum ist das Sparen so gefährlich? Man kann sich das ganz ziemlich leicht erklären. Ich erkläre das mal mit realen Zahlen, wie wir sie in Deutschland haben. Das Masseneinkommen der Deutschen, das sind alle Renten, alle Löhne, alles was so ausgezahlt wird an Einkommen der Deutschen beträgt ungefähr 1200 Milliarden pro Jahr. Also 100 Milliarden pro Monat. Also am Anfang des Monats bekommen wir alle 100 Milliarden. Nur woher bekommen wir die 100 Milliarden? Das ist der kleine Schritt, den man da machen muss. Man muss fragen, woher kommen die denn? Die fallen ja nicht vom Himmel. Die kommen von Unternehmen vom Staat. Das sind die Hauptarbeitgeber, sonst gibt es kaum praktische Fälscher. Also die Unternehmen, der Staat zahlen uns 100 Milliarden. Nur was machen die klugen Deutschen? Man sieht das hier an der blauen Kurve, alles oberhalb von Null, sind Sparer. Was macht der gute Deutsche, der private Haushalt? Die blaue Kurve hier. Nun, der trägt 10% von diesem Einkommen, damals war es noch mehr, also das hier ist im Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ich muss mir keine Gedanken drum machen. Der trägt im Moment ungefähr 10% seines Einkommens trägt er zur Bank, weil er es ja vorsorgen will, er will dir für die Zukunft vorsorgen. Er hat ja gelernt, er muss wie ein Eichhörnchen sein, ne? Wenn du wie ein Eichhörnchen bist, bist du so, machst, verhältst du dich richtig. Er trägt 10% zur Bank und da liegen die 10% und dann 90% gibt er aus für Güter und Dienste. Also 90% kommen am Ende des Monats sind bei den Unternehmen und beim Staat wieder zurückgekommen. Aber 10% fehlen, ne? 10 Milliarden jeden Monat fehlen. Da müsste der Staat und die Unternehmen müssten ja wieder 100 Milliarden ausbezahlen, denn wir wollen ja nicht die Löhne senken, wir wollen den gleichen Lohn haben wie vorher. Nur woher nehmen sie die 10 Milliarden, die ihnen jetzt fehlen? Eine einfache Frage, ne? Tja, woher kommen die 10 Milliarden? Tja, wenn sie die nicht haben, die 10 Milliarden und 90 ausbezahlen, dann gehen die Leute wieder mit ihren 90 Milliarden zur Bank und haben im nächsten Monat kommen bei den Unternehmen nur zurück 81 und dann ja, dann bricht die Wirtschaft zusammen in ganz kurzer Zeit. So ungefähr drei Monate ist jede Wirtschaft tot mit nur Sparen. Mit nur Sparen ist jede Wirtschaft tot in ganz kurzer Zeit, weil einfach die Nachfrage fehlt. Es wird ein bestimmter Lohn ausbezahlt, aber es kommt nichts zurück. Es kommt immer zu wenig zurück. Und deswegen muss es immer das geben, was hier auf dieser Grafik so aufgemalt ist. Es muss zum Sparen immer eine Entsprechung geben auf der anderen Seite. Es muss nämlich insgesamt, in meinem Beispiel, müssen 10 Milliarden pro Monat ausgegeben werden, aber wo kommen die her, die 10 Milliarden pro Monat? Die hat ja keiner. Ja, die kommen von dem, da gibt ja diesen wunderbaren, modernen Spruch, die kommen von dem Geld, das man nicht hat. Haben Sie bestimmt schon mal gehört. Die Italiener wollen Geld ausgeben, das sie nicht haben. Diese schrecklichen, unsoliden Kerle. Die wollen Geld ausgeben, das sie nicht haben, aber jeder, immer muss Geld ausgegeben werden, das man nicht hat, weil es ja auf der Bank liegt. Und wie kriegt man das von der Bank? Nun, man muss da hingehen und muss sagen, gib mir einen Kredit. Und wenn ich einen Kredit bekomme, bin ich der Schuldner. Damit die Wirtschaft nur halbwegs am Leben bleiben muss, den 10 Milliarden Ersparnissen jeden Monat 10 Milliarden Schulden entsprechen. Dann bleibt die Wirtschaft gerade so auf dem Niveau, das sie hat. Denn dann bekommt die Unternehmen und der Staat 100 Milliarden zurück und dann können sie wieder 100 Milliarden als Löhne bezahlen. Aber jeden Monat braucht man einen Schuldner in Höhe von 10 Milliarden. Und deswegen gibt es einen einfachen Satz, den ich jetzt gleich nochmal erläutern werde anhand dieser Zahlen. Es gibt keine Ersparnis ohne Schulden. Doch ein einfacher Satz. Der müsste jeden Tag in allen deutschen Zeitungen oben drüber stehen, so über der Titelzeile. Es gibt keine Ersparnis ohne Schulden. Ja, da werden viele ökonomische Probleme gelöst. Gar keine Frage. Und das sieht man hier an dieser Grafik. Was ist früher passiert, als wir noch an der Marktwirtschaft waren? Nun, sehen Sie, da haben sich welche verschuldet und andere haben gespart. Die privaten Haushalte haben gespart und haben sich welche verschuldet. Und so wie das jetzt hier aufgezeichnet ist, müssen tatsächlich alle diese Salden, alle die Schuldner Sparnisse addieren sich immer genau zu Null. Immer genau zu Null. Und Sie sehen in der Mitte der Staat und das Ausland sind ja auch noch wichtig. Die haben praktisch keine Rolle gespielt, die waren immer so um die Null rum. Die Unternehmen waren der Haupt Gegenpart zu den sparenden privaten Haushalten. Die Unternehmen haben sich verschuldet und haben natürlich investiert, hoffentlich investiert. Aber investieren ist nicht so wichtig, hauptsache verschulden. Das ist das Wichtigste. Ja, aber das hat den vielen Leuten einfach nicht so gut gefallen. Und dann haben sie gesagt, machen wir was anderes, wir machen mal eine andere Art von Marktwirtschaft. Das ist jetzt die moderne Wirtschaftsform, ich nenne die mal nicht Marktwirtschaft, weil mit Marktwirtschaft hat es nichts mehr zu tun. Das ist die moderne Form von Wirtschaft. Neues Deutschland sozusagen. Und diesen neuen Deutschland, das sieht man, das sparen jetzt alle, das ist doch schön. Der Staat spart, die Unternehmen sind auch Sparer geworden, Hurra. Unternehmen sind Sparer geworden und die privaten Haushalte sind immer noch Sparer. Tja, das ist doch genial. Das ist doch super genial. Und wer sieht, wer macht die Schulden? Die anderen da draußen, die Bläden, die machen die Schulden. Das ist doch schön, oder? Haben wir doch eine wunderbare Welt geschaffen. Deutschland hat sich eine geniale Welt geschaffen. Durch seine Lohnsenkung in der Währungsunion hat es eine wunderbare Welt geschaffen, in der die anderen immer die Schulden machen und Deutschland nie mehr Schulden machen muss. Und dürfen sich Finanzminister feiern als schwarze Nullen oder rote Nullen. Ja, und es stimmt, hundertprozentig. Es ist völlig egal, welche Farbe die Nullen haben. Es sind Nullen, weil sie das nicht verstanden haben, weil keiner das verstanden hat. Wir verlagern, das größte Problem in der Marktwirtschaft verlagern wir immer nach außen. Wir sagen, die anderen sollen es für uns lösen. Aber wenn die anderen es für uns lösen, dann sagen wir, oh, die blöden Schulden, die machen ja Schulden, die Griechen haben ja Schulden gemacht, wie verrückt, die Italiener machen Schulden, wie verrückt. Die sollen aufhören mit dem Schulden machen. Dabei müssen die Schulden machen, damit wir wirtschaftlich überleben können. Und da sehen Sie mal, wie absurd die deutsche Diskussion ist. Nicht nur, dass wir nicht begreifen, dass wir eine deflationäre Politik machen, dass wir dazu führen, dass unsere Politik dazu führt, dass die Zinsen null sind und wir unsere Sparer nichts mehr bekommen. Wir begreifen auch nicht mal, dass unsere Sparer überhaupt nur existieren können, weil die anderen Schulden machen. Das ist doch toll. Wir existieren nur, weil die anderen Schulden machen. Und was sagen wir den anderen aber, was sagt Frau Merkel? Müssen jetzt alle so werden wie wir. So ganz einfach, ne? Die Kurve muss da hoch, die müssen alle so werden wie wir. Nur dummerweise wissen wir, diese Kurven addieren sich immer zu Null. Die addieren sich zu Null, weil die Welt ja gar keinen Leistungsplatz Überschuss oder Defizit haben kann. Für die Welt gibt es keinen Außenhandel. Die Welt hat leider kein Mars und keine Venus, die sie verschulden können. Für die Welt ist die blaue Kurve weg. Aber wenn die blaue Kurve nach oben geht, wenn die anderen genauso werden wie wir, wer geht denn nach unten? Das ist die einfache Frage. Es muss jemand nach unten. Das ist die einfache Frage, um dies auf dieser Welt zu Welt im Moment geht. Die wir aber nie diskutieren können, über die wir ja gar nicht reden können, weil, ja, warum eigentlich nicht? Sie steht nie in den deutschen Zeitungen. Diese Frage steht nie in den deutschen Zeitungen. Sie steht bei Brave New Europe, bei Makroskop, so komischen Internetadressen. Aber die steht nie in den deutschen Zeitungen. Obwohl es vollkommen offensichtlich ist, sie brauchen kein Ökonom zu sein, um es zu verstehen. Diese Kurven müssen sich zu Null addieren, das kann wirklich niemand bestreiten, das ist ja Buchhaltung, nur es ist ja nicht mal eine Theorie. Einfach makroökonomische Buchhaltung, die müssen sich zu Null addieren. Und wenn die Ausländer so werden wollen wie wir, ja, da muss einer Schulden machen. Wer macht dann die Schulden? Also hier können wir auch mal ein Land anschauen, ein anderes Land, das ist das Land, das man von Herrn Trump präsidiert wird. Und da sehen Sie, die Amerikaner haben furchtbar einfache Verhältnisse. Wir sparen sozusagen noch für die Amerikaner, also foreign countries, also das Ausland ist über Null, weil die Amerikaner haben ein Defizit, was der Trump nicht so schön findet, wir aber gut finden. Die privaten Haushalte sparen auch und die Unternehmen sparen auch. Damit ist die Welt furchtbar einfach, ne? Ja, da gibt es nur noch einen, der Schulden machen kann. Und das ist der Staat. Der Staat muss dauernd wie verrückt Schulden machen. Und immer und immer weiter, 100 Jahre, immer Schulden machen. Aber der ist doch total überschuldet schon, oder? Die Staaten sind doch alle überschuldet, was machen wir denn da? Die Italiener haben 130% am Bruttoinlandsprodukt Schulden. Die sind doch kurz vorm Staatsbankrott. Und die sollen jetzt Schulden machen? Wie soll das denn gehen? Tja, es muss gehen. Weil sonst ist das ganze Wirtschaftssystem am Ende, nicht nur die Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ist sowieso am Ende, das hat mit Marktwirtschaft ja nichts mehr zu tun. Aber da bricht alles zusammen, da bricht die gesamte Wirtschaft zusammen, wenn wir das nicht begreifen, wenigstens, dass einer Schulden machen muss, der Staat muss Schulden machen. Und zwar immer, ohne Regeln, ohne Maastricht und alles Quatsch. Auch deswegen ist der Maastricht-Vertrag vollkommen unsinnig. Und das, was Stabilitäts- und Wachstumspakt genannt wird in Brüssel, ist auch vollkommen unsinnig. Weil es niemals über diese vier Kurven redet, sondern immer nur über die eine, nur über den Staat. Und sehen Sie, Japan, es gibt das schöne Land Japan. Sehen Sie, da beginnt das mit den Sparungen in Unternehmen schon viel früher als bei uns, nämlich vor ungefähr 25 Jahren oder fast 28 Jahren. Da sparen die Unternehmen schon immer. Nun, wie hoch sind die japanischen Staatsschulden? Ja, wesentlich höher als italienische. 300% am Bruttoinlandsprodukt. Wobei diese Relation zum Bruttoinlandsprodukt sowieso unsinnig ist. Also die benutzen wir zwar immer, aber die ist eigentlich vollkommen unsinnig. Das ist nämlich die Schulden im Verhältnis zum laufenden Einkommen. Was heißen denn Schulden im Verhältnis zum laufenden Einkommen? Gar nichts. Schulden muss man im Verhältnis setzen zum Vermögen. Wenn Sie ein bestimmtes Einkommen haben und Sie kaufen plötzlich ein Haus, das kaufen Sie natürlich auf Schulden, das sparen Sie ja nicht an. Da wissen wir das komischerweise, dass man Schulden machen muss. Verändert sich Ihre Vermögensstatus dadurch? Nein, überhaupt nicht. Sie haben Schulden und Sie haben ein Haus. Da ändert sich nichts. Da haben Sie negativ, da haben Sie positiv. Warum sollten Sie jetzt die Schulden im Verhältnis zu Ihrem laufenden Einkommen setzen? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist das, was Sie die ganze Zeit tun. Aber will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber die Japaner haben viel höhere Schulden als die Italiener. Und was müssen Sie machen, die Japaner? Sie müssen dauernd weiter Schulden machen. Ja, warum müssen Sie dauernd weiter Schulden machen? Nun, weil Sie das Ausland nicht so benutzen können, wie die Deutschen es benutzen können, um Schulden zu machen. Und warum können Sie das nicht? Nun, weil Sie eine Währung haben. Was passiert mit der Währung, wenn die immer wieder Überschüsse machen? Die währtet auf. Die Währung währtet auf und dann ist ein ganz schöner Spuk vorbei. Nur wir haben uns in Europa eine wunderbare Welt geschaffen mit der Europäischen Währungsunion. Wir haben jetzt keine Währung mehr. Dadurch, dass wir die anderen zu Schulden gemacht haben in der Europäischen Währungsunion, und wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöht haben in der Europäischen Währungsunion, können wir sozusagen beliebig viel Schulden ins Ausland verlagern. Weil unsere Währung wertet ja nicht auf, denn die besteht ja aus schwachen und starken Ländern. Wir haben die anderen schwach gemacht, wir sind stark, aber die Währung besteht ja aus dem Mittel und die wertet eben nicht so auf, wie sie aufwerten müsste. Und da sehen Sie, das sind die wunderbaren Umstände, unter denen Deutschland so erfolgreich ist, wie es ist. Und da sehen Sie natürlich auch so vor, dass es ein Scheinerfolg ist, eine Scheinblüte. Deutschland lebt in einer Scheinblüte. Aber es will es nicht wahrhaben, es will es nicht ernsthaft diskutieren, es will es nicht sehen und es will es nicht zur Kenntnis nehmen. Und dann schauen wir nochmal Italien an. Sehen Sie, das sind die Salden in Italien. Und in Italien ist auch so, dass die Unternehmen, das ist übrigens ein weltweites Phänomen, dass die Unternehmen Sparer geworden sind. In den Zeiten des Neoliberalismus, in den letzten 30 Jahren sind fast überall die Unternehmen Sparer geworden. Das ist doch wunderbar. Das heißt, die Unternehmen haben die eigentliche Aufgabe, die sie in der Marktwirtschaft haben, einfach abgelegt. Die sind wie die privaten Haushalte. Es gab mal, sehen Sie, die Theorie, die Theorie der Marktwirtschaft. 200 Jahre lang ist immer hundertprozentig davon ausgegangen, dass es sparende Haushalte gibt und sich verschuldende Unternehmen. Die ganze ökonomische Theorie ist darauf aufgebaut, auf dieser Idee. Und dann ändert sich die Welt zumindest seit 10 Jahren in fast allen Ländern und was tun die herrschenden Ökonomen? Die schauen weg. Ist das so unangenehm? Sie schauen weg. Das sind Leute, die sich Wissenschaftler nennen. Das nennt sich Wissenschaft. Die schauen einfach weg, wenn ihr Paradigma hundertprozentig vor die Hose geht, weil etwas sich geändert hat in dieser Welt. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und weil sie es nicht wahrhaben wollen, sind wir auch, so Menschen wie ich, vollkommen unfähig, es zu kommunizieren. Ja, wir können dieses Problem nicht kommunizieren. Wir können es nicht auf die politische Ebene heben, da wo es hingehörte, wie gesagt, wo es Tag für Tag, jeden Tag diskutiert werden müsste. Warum? Weil die 98 Prozent aller Ökonomen schweigen, eisern schweigen zu diesem Phänomen. Und selbst wenn sie es mal erwähnen, wie der Sachverständigrat hat mal einen Abschnitt dazu geschrieben, dann zieht sie keine Schlussfolgerung. Dabei die Schlussfolgerung ist vollkommen eindeutig. Wenn die Unternehmen sparen, kann der Staat nicht sparen oder muss der Staat Schulden machen. Und das gilt selbst in einem Land wie Italien, sehen Sie da, wo das Ausland, die haben noch einen Überschuss gekriegt die letzten Jahre, die haben sechs Jahre Rezessionen gehabt, deswegen haben sie Überschuss, weil die Importe gefallen sind. Was wir jetzt Italien sagen, ist furchtbar einfach. Sehen Sie, das, was wir implizit Italien sagen, ist, ihr macht Schulden und ihr müsst da hoch mit euren Schulden. Aber da sie ja nicht wettbewerbsfähig sind gegenüber Deutschland, dann müssten die ihre Löhne um 20 Prozent senken und damit ihre Wirtschaft sozusagen in den Abgrund fahren wie Griechenland. Sagen wir Ihnen implizit, ihr müsst einfach immer weiter Rezessionen machen. Denn es gibt in diesem Land nur eine einzige Möglichkeit, dass der Staat seine Schulden reduziert, die jährliche Neuaufnahme seiner Schulden reduziert, indem Sie weiter Überschüsse machen. Aber Überschüsse im Ausland können Sie nur machen, wenn Sie Ihre Importe reduzieren, nicht weil Sie die Exporte steigern, denn gegen die Exportesteigerung steht Deutschland. Und damit haben wir eine wunderbare Situation geschaffen für Italien. Es gibt nur zwei Wege, es gibt nur diese beiden Wege, es gibt nichts Drittes, mit denen sich Italien aus seiner Rezession befreien könnte. Das eine ist das Ausland, also Übersteigerung seiner Exporte, da sitzt aber Deutschland auf diesem Weg und blockiert den und der andere Weg ist logischerweise dann der Staat und den verbieten wir Ihnen. Sagen wir, nein, das ist verboten. Ist doch toll. Was soll das Land jetzt tun? Deutschland sitzt dick und fett auf dem einen Weg und der andere ist verboten. Es gibt aber nichts Drittes. Es gibt nichts Drittes, man sieht das hier. Was sollen sie tun? Ja, sehen Sie, so einfach. Gesamtwirtschaftliche Logik ist manchmal furchtbar einfach. Es muss sich jemand verschulden. Es gibt keinen Weg aus einer Rezession, wenn sich nicht jemand verschuldet, wenn nicht jemand Geld ausgibt, das er nicht hat. Muss immer jemand Geld ausgeben, das er nicht hat. Und in Deutschland ist derjenige, der das Geld ausgibt, das er nicht hat, das ist immer das Ausland. Nur das wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen, das interessiert uns ja nicht. Und wenn wir dabei die Ausländer ins Verderben stürzen, da können wir nichts machen. Dann waren sie eben korrupt, die Italiener sind schon immer korrupt, weiß man ja. Oder der Staatsanteil ist zu groß, sie sind inflexibel, sie wollen ihre Löhne nicht senken und all so Blödsinn. Es ist alles grandioser Blödsinn. Es ist alles grandioser Blödsinn. Und jetzt, was soll passieren in einem Land, wo es ein paar Leute gibt, die das vielleicht verstehen, die das durchschauen, die nicht so blöde sind, dass sie diese vier Kurven nicht auf die Reihe kriegen? Was sollen die machen? Das ist doch eine einfache Frage. Was sollen die machen? Nun, die müssen auf die Barrikaden gehen, ne? Das ist das Erste, was sie tun. Sie gehen auf die Barrikaden und ja, gegen wen gehen sie auf die Barrikaden? Natürlich gegen Deutschland. Aber wenn sie das tun, dann sind sie gleich Deutschlandfeinde. Das sind ja unsere Feinde. Deutschlandfeind. Ein Deutschlandfeind sollte da zum Finanzminister gemacht werden. Das war ja unmöglich. Der Mann ist überhaupt kein Deutschlandfeind. Der Mann hat nur eine klare Analyse. Der Mann weiß, dass Deutschland die Wege, die man braucht, um die italienische Wirtschaft wieder zu beleben, dass Deutschland diese Wege blockiert. Deswegen ist er doch kein Feind. Aber wir machen ihn sofort zum Feind. Wenn wir ihn zum Feind gemacht haben, brauchen wir nicht mehr darüber nachdenken. Dann brauchen wir keine Sekunde mehr darüber nachdenken, ob wir etwas falsch machen. Der ist unser Feind. Der ist ein böser Kerl. Der ist emotional. Der kann nicht denken. Und Punkt. Aus. Ja. Das ist Deutschland heute. Und dann mein letzter Punkt. Um das auch ganz klar zu sagen. Und am Wochenende war ein schönes Beispiel dafür. Will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Dann gibt es Leute, die sich hinstellen, Frau Merkel unter anderem, aber auf der Linken gibt es Leute, die sich hinstellen und sagen, unsere Lösung, die Lösung kann nur Internationalisierung sein. Europäisierung, Internationalisierung. Das ist die Lösung unserer Probleme. Wir brauchen europäische Solidarität. Solidarität. Das unsolidarische Land der Welt braucht Solidarität. Ist doch toll. Ja. Das wird ernsthaft gesagt. Und das wird ernsthaft diskutiert. Das wird ernsthaft beklatscht. Das unsolidarische Land in Europa braucht jetzt europäische Solidarität gegen diesen schrecklichen Trump, der auch verstanden hat, dass da irgendwas schiefläuft, wenn Deutschland dauernd Überschüsse hat. Dass er dauernd Schulden machen muss. Da brauchen wir jetzt die europäische Solidarität. Warum sollte denn irgendeiner in Europa mit uns solidarisch sein? Das ist doch die einfache Frage, die man beantworten muss. Und wenn die Leute über Solidarität reden, ohne darüber zu reden, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, dann tut es mir leid. Dann ist es einfach unsinnig. Einfach Quatsch. Einfach dummes Zeug. Deutschland kann keine Solidarität einfordern. Deutschland muss. Sein Hirn einschalten. Und wenn es sein Hirn nicht einschaltet, dann wird uns der ganze Laden um die Ohren fliegen. Und das gilt für alle Fragen, um die es geht. Ob es Flüchtlinge sind oder was anderes. Wenn wir Solidarität einfordern, das Land, das die anderen an die Wand gedrängt hat, das die anderen sozusagen kurz vorm Abgrund gebracht hat. Wenn wir Solidarität erwarten, dann müssten die anderen verrückt sein, wenn sie sie liefern würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus